Nämlich eine Karte für das DFB-Pokal-Halbfinale gegen den VfL Wolfsburg. Am Dienstagmorgen um 10 Uhr öffnete der Ticketshop seine Tür und da standen schon tausend Fans in einer langen Schlange an. Die ersten kamen am Abend vorher und kampierten vor der Geschäftsstelle. Nicht nur die Karten fürs Pokalspiel gegen Wettkei Warme Semmel, sondern auch die für die letzten beiden Heimspiele. Den Aufstieg in die zweite Liga wollen alle Fans natürlich live im Stadion miterleben. Und einer, der hat das schon mal miterlebt, der heute ganz überraschend von Beginn an dabei war. Eik Geilheim. Erstes Saisonspiel für Manuel Hörnig, Ex-Kapitän. Vor 13 Monaten noch in der zweiten Liga in Sandhausen hatte er sich so schwer verletzt, dass er erst jetzt sein Comeback geben kann. Norbert Mayer setzt ihn in die Innenverteidigung für den gesperrten Salga. Außerdem Ulm für den angeschlagenen Christian Müller. Erfurt nach drei, beziehungsweise sieben Niederlagen in Folge total verunsichert. Und Bielefeld sofort aktiv. Mast auf Kloos. Top-Torjäger der Liga beweglich, geschmeidig mit seinen 1,94 Meter und sofort gefährlich. Aber auswärts. Arminia zuletzt nicht überragend. Drei Spiele, nur ein Punkt und kein Tor. Aber schon wieder. Mast auf den Innenverteidiger. Auf Julian Börner. Da ist Glewin und David Ulm. So leicht geht das. Kein Erfurter bei Ulm. Zwölfte Minute 0 zu 1. Normalerweise trifft der per Elfmeter. Hier waren es gerade mal sechs und alles viel leichter. Norbert Mayer sagt von sich, ich bin immer heiß wie Frittenfett. Heiß auf die zweite Liga. Die Rechnung ist klar. Noch drei Siege in fünf Spielen, dann ist alles definitiv. Und alle Stammspieler würden dann bleiben. Auch Fabian Kloos. Hemmlein auf Mast. Aber da steht einer richtig. Fabian Kloos. 19 Tore bisher. In der Aufstiegssaison 12, 13 waren es 20. Nur eins fehlt also noch. So ein Schuss kann auch ihm mal passieren. Aus der zweiten Reihe versuchen sie stets Christoph Hemmlein einzusetzen. Ecke dick. Aber den hat in Erfurt keiner auf dem Zettel. Eine frühe Entscheidung wäre gut fürs Pokal-Halbfinale am Mittwoch. Und dann kommt ja noch Kiel in der Liga. Die Erfurter Defensive fahrlässlich. Die Bielefelder unüberwindbar. Manuel Hornig freut sich über die Null zur Pause. Zweite Hälfte. Erfurt bis dahin ohne jegliche Torszene. Dani Jutt, Tyrala, Eidi. Missverständnis. So typisch. Mast nutzt es aus. Tom Schütz auf Fabian Kloos. Und Kloos, den sie Miro rufen. Weil er so treffsicher ist. Er nutzt die Unentschiedenheit von Kloos perfekt aus. Kloos, der rackert immer für die Mannschaft. Ein Teamplayer. Er sieht Ulm hinten. Aber der direkte Versuch ist hier die bessere Alternative. Norbert Mayer. Jetzt ist es da. Das beruhigende 0 zu 2. Und sein Kollege Christian Preußer rastet erstmals aus in seinem vierten Spiel als Trainer. 31 Jahre alt. Riesentalent. Deshalb hat Erfurt in dieser Woche seinen Vertrag verlängert. Trotz der schwarzen Serie. In der Kabine hatten die Bielefelder bemerkt. Der Klavin steht immer zu weit vor seinem Tor. Jetzt versucht es einer auf verrückte Art und Weise. Hemmlein. 60 Meter 0 zu 3. Erfurt war vor kurzem noch Tabellenzweiter. Auch dank Klovin. Es war nur eine Blase und irgendeiner hat eine Nadel reingesteckt. Hemmlein versucht es tatsächlich direkt. Der Tipp brillant umgesetzt. Klavin, er ahnt das Unheil. Aber er ist einfach zu weit vor. Norbert Mayer. Das Tor fällt links. Aber gejubelt wird rechts. Diesen Treffer, den wird man noch öfters. Erfurt hatte auch in der zweiten Hälfte keine einzig zeigenswerte Chance. Immer das gleiche Bild. Tchichos verliert den Ball an Junglas. Und der hat so viel Platz. Und Auge hat er auch noch. Für David Ulm. Diesmal ist es ein ungleiches Duell für Klavin. Nach dem 3 zu 0 Sieg im Hinspiel. Nun ein 4 zu 0 Sieg in Erfurt. Durch Tore von Kloos, Hemmlein. Und zweimal David Ulm. Erster Doppelpack für ihn. Aber die Fans, die forderten einen anderen in die Kurve. Den Ex-Kapitän Manuel Hornig. Ich habe mich sehr auf dieses Spiel gefreut. Habe aber auch großen Respekt gehabt, wenn man dann ein Jahr nicht mehr dabei ist. Und es ist wirklich super toll für uns gelaufen. Ich bin froh, wir wollten den Null halten. Hübner, Spitzleiter! 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 Das ist meine Art, damit umzugehen. Wir können ja nur gewinnen. Wolfsburg ist der Favorit. Und die müssen gegen uns ihre Leistung bringen. Und wir laufen wieder um unser Leben. Und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Also es ist noch gar nicht in Ihrem Kopf drin. Ja, das kommen Sie mal vorbei in Bielefeld. Dann werde ich Ihnen das alles erzählen. Ab Montag sind wir wieder zu erreichen. Der Meier, er lässt sich nicht aus der Reserve locken. Dabei kann es eine historische Woche werden für Arminia Bielefeld. Ja, absolut. Und wir kommen auch vorbei nach Bielefeld, nämlich am Mittwoch. Und da übertragen wir das...